So meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Trials Rising mit mir der Mushroom hier bei uns auf dem Pixeln Kanal. Ich befinde mich immer noch in der Streckenzentrale bei den trendigen Trials Strecken und wir haben in der letzten Folge die Purple Planet Strecke gemacht, leider nur mit Bronze, aber egal. Und wir machen heute mit der Chunk weiter. Wow! Uh, wir können sogar Alpaka nehmen, ist ja nice. Oder Helium. Ich bleibe aber bei der Mantis. Ich finde Alpaka sollte man nur nehmen, wenn die Map auch für die Alpaka gemacht ist. Oh, 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 oh. Gerade noch soo geschafft. Uh, sieht aber nice aus im Hintergrund. Auch wieder. Wie macht man das? Vorher hat man diese Text, also dieses Set, weißt du? Mich echt interessieren, Mann. Wenn der Streckeneditor nur nicht so crappy wäre, Mann. Ich finde ihn total Einsteiger unfreundlich. Oh, man darf da drauf fallen. Oh Gott, warte mal. Oh, nice. Ah. Oh. Wegen dem am Ende jetzt gerade. Verdammt. Bestimmt. Oh, ja, das war's. Hm, bitter. Aber ich mach's nicht nochmal. Das ist sonst langweilig für euch. Ist, finde ich, schon schlimm für mich. Ich überlebe das, wenn ich keinen Platin habe. Alles okay. Rich Racer. Escape the Ridge. Gab's da nicht so ein Computerspiel? Also ein Playstation-Spiel? Autotain? Rich Racer? Ich hatte mal das. Also wenn es das gab, dann... Doch, es hieß Rich Racer. Playstation 1. Das war eines meiner ersten Spiele. Für die Playstation. Was ist mit dem Wasser los? Das Wasser ist total auf Koks, ey. Boah, kann man ja einmal kurz mal... ...beneisen hier für die geile Rettung. Okay, das war scheiße. ...nochmal von vorne. Noooooooohhhhhh... ...ja! Shit. Ho! Schön, die Kubele ranpennen nehmen. Schön draus springen. Jetzt schaffe ich die geile Rettung nicht mehr. Das war also nur Glück, wolltest du sagen? Nein. Ich glaube nicht. Das Wasser, das Wasser macht mich komplett kaputt. Nicht so weit springen. Ich bin ein Idiot, ich hab schon wieder gemacht. Mein Gott. Ja, so macht man das. Ho! Oh, diese Dinger hasse ich, ey. Wie hab ich das immer gemacht? Nee. So, macht man das. So einen leichten Sprung machen. So, ich glaube in der Mitte oder so. Oh, warte mal. Oh, schön gerettet. Woo! Kannst du mal ein bisschen fahren, bitte? Verliert viel Zeit dadurch, aber egal. Oh, leck. Gold und Silber sind ja arschweit weg schon. Oh, man konnte unten lang auch. Egal, wir fahren oben lang. Wow, ey. Nein, man konnte nicht unten lang. Das war eine Trap. Ah, Idiot. Ah, ich bin so ein Idiot. Dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Der Arnold war ein super Trottel. Dumm, 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 dumm. Er dachte, er könnte drei Spie-Elen. Spie-Elen, Mann. Ach, guck mal. Warum hatte ich jetzt so Probleme? Ich verstehe das nicht. Mal, ich mal. Alter, das Wasser, guck mal. Was geht mit dem ab? Was ist das denn? Ja, das ist klar. Warum wäre einfach so eine drecks kleine Wand hier hin, Mann? Zack. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist eine coole Strecke. Nicht alles nochmal, oh Gott sei Dank. I like, I like it very much. Cool gemacht. Cool gemacht. Lass mich hoch. Danke. Wartet, Boys. Ich komme. Oh nee, er kommt. Viel Sprung verloren. Egal, ich habe was so drüber. Ich brauche keinen Schwung. Schwung ist nur was für Loser. Echt cool gemacht. Boah, das war knapp. Weißt du aber, was geil wäre? So eine Map, wo dich etwas verfolgt. Oder wo du wirklich auf Zeit fahren musst. Wo du nicht so lange stehen bleiben kannst. Sonst wirst du von... Wie bei der... Ich hätte nochmal so eine Trials Fusion Map. Mit Dave damals, glaube ich, hatten wir sowas, wo uns so ein Dino oder so verfolgt hat. Sowas wäre, glaube ich, auch mal wieder nice. So, was haben wir denn da jetzt noch? Hier sieht total crazy aus. Die Extrem lasse ich mal wieder weg. CM84. Crazy Liam, edit. Camera fix, difficulty fix. Thanks for playing. Okay. 36 Sekunden für Platin. Das zeigt ja schon mal, dass es normalerweise keine so lange Map ist. Außer man ist ein Trottel wie ich und braucht halt länger und macht immer Fehler und legt auf die Schnauze und ist langsam. Ah, das ist doch mal. Das war eigentlich cool, Mann. Ja, Mann. Alles klar, Alter. Kann man mal kurz mal sagen, wie ekelhaft das Ganze hier ist? Oh, no. Ja, danke. Kommst du mal hierher? Durch den Ring des Todes. Cool gemacht, Mann. An die Nase juckt. Hat ich hier drauf? Echt dumm abgesprungen. Oh, das hat zum Schluss nochmal einen Fehler gemacht. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Leider nur vierter, Mann. Aber mir gefällt es, dass er die gleiche Melodie hat wie ich. Okay. Was soll noch so cool aus? Guck mal, was machen die Kühe da? Was soll das? Das kann ich nicht auf YouTube zeigen, Alter. Kennst du? Tabletop Trial? Diese zwei Strecken machen wir jetzt auf jeden Fall. Trial, was? Ich kann das nicht lesen, sorry. Ich bin dort. Ich bin der Helium. Okay. Kling, kling. Okay, zeig mir mal. Was haben wir denn da? Was ist denn das für Texturen, Alter? Was für Texturen? Oh. Boah. So, ja, warte mal. Schön. Oh. Er hat irgendwie alles reingeklatscht, was es so im Editor gibt oder so. Oh, nein. Dumm, Fehler. Ein Fehler gemacht. Der vor mir hat auch nur Bronze bekommen. So, ist es hier wieder schlecht, äh, keine Ahnung. Die Zeit gesetzt. Irgendwas verkackt. Könnte sein. Ah, da muss man echt mal wieder, mit der Helium muss man aufpassen, weil die zieht man nicht so schnell hoch während der Fahrt. So, aus dem Stehen her ist ganz gut. Hopp, hopp, hopp. Ha! Und der Grip auf Doom bei dem Bike, Mann. Gott sei Dank hat er da keine Bomben hingelegt, Mann. Oh, Moment. Ah. Oh, jetzt kommen solche. Jawohl. ist halt auf fette Augen hingesetzt. Ah, so schön. Boah, beinahe wäre das schon wieder passiert. Boah. Wäre mal so ein Heißluftballon. Und schon wieder Felsen. Ist es hier getting over it? Ah, geiles Fahrrad, Alter. Sieht echt cool aus. Hat mich jetzt gerade voll bambuselt, ey. Ich dachte nämlich, wir müssen drüber. Hey, Monster Truck! Bleib hier. Na toll, ey. Danke. Kein Gas geben. Ah, okay. Yee-ha! Was? So, Mann. Yo. Komm mal. Nein. Nein. Oh. Einfach mal durchrollen lassen. Funktioniert. Ha! Easy. Oh, shit. Ja. 1,30. Ich habe schon ein paar Fehler gemacht. Klar, aber... Welchen Fehler habe ich denn gemacht? Insgesamt. Sieht man jetzt leider nicht. 1,30, Alter. Naja, Hauptsache, Bronze noch bekommen. Würde ich mal behaupten. War aber an sich eine coole Map. Cool gemacht. Ich schaue mal kurz rein, um zu gucken, was für eine Zeit da... ...gebildet. 50 Sekunden! Ja, das kriegst du doch nicht mal hin, wenn du nur gerade ausfährst. Also, wenn da nicht mal was wäre. Die Map ist doch zu lang. Ja. Ja, Mann. Mach die Zeit noch kaputt. Uuuuh. Ja, ich würde sagen, wir machen Tabletop Trial. Das ist jetzt nicht richtig geiler. 45 Sekunden. Für Platin. Für Gold habe ich jetzt nicht geschaut. Verdammt. Egal. So, einen kurzen Schluck. Hm. Oh, Alter. Da, einer heißt Fullmetal Jacket. Sieht jetzt wieder nice aus. Ich liebe das. Scheiß, Karten bewegen sich. So bewegt ihr euch, verdammt. Ja, Mann. Oh, mein Dank. Voll durchgehauen. Mama, mein Motorrad fährt rum. Oh, ist er wechselt. Aha. So, macht mal das, ihr Lamm. Ich fange die Bombe. Nein, doch nicht. Ich muss mich so drücksetzen. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Weil ich den Sprung verkackt habe, Mann. War aber gut. War gut. Nein, das war's halt echt, Mann. Ich wäre schneller als er gewesen. Fuck. Kack. War eine schöne Strecke. Leider zu kurz irgendwie. Hm. Was machen wir denn? Einfach das. Power Race, sagst du? Mal kurz runterschauen, ob es da noch was Schönes gibt. Irgendwas Interessantes. Wieso sind diese coolen Strecken immer so dunkel? Mach doch helle Strecken, Mann. Und die Extremen sind immer hell. Mario Kart. Okay. Zeig mal. Zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Mach mal. Mach mal jetzt. Wim, wim, wim. Das sieht nicht aus wie Mario Kart. Der Typ da hinten sieht auch nicht aus wie Mario, Mann. Ja, klar, ey. Hässliche Kante. Wenn man's halt weiß, ist es okay, ne? Ja, du hast auch alle Plattformen reingesetzt, die du finden konntest, oder was? Ja, mach sie halt noch größer. Penner. Boop. Nein. Nicht mal schön angepasst an den Boden, Mann. Idiot. Oh, ich bin so dumm. Das ist schön. So, nehmt einfach die ganze Rampe mit, Arnold. Ganz ehrlich. Wiese, machst du's nicht. Fahr. Spring da drüber. Da sind jetzt Autos. Ist das jetzt Mario Kart? Schneller sein als ihr? Was soll das denn jetzt hier? Wow, Alter. Ja. Ich weiß ja nicht. Was? Nur die ersten beiden Dudes haben Medaillen bekommen. Wie dumm ist das denn? Kriegst du trotzdem einen Daumen hoch, Mann. Frag, weil ich ein netter Dude bin. Was haben wir denn noch so für geile Sachen hier? Zeig mal, was hier noch so trendig ist. Was irgendwie cool ist. From house to house? Ah. Was ist das? No rules? Irgendwas? Irgendwas? Come on, das macht mich jetzt einfach neugierig. Lehne dich vor einem Bundy hopp nach vorne. Oh Gott. Ähm. Es kommt mir so vor, als ob die es das Gas also die Beschleunigung stärker ist. Wow. Diamant sogar. Oh, komm mal her. Der beste Spieler der Welt, Alter. Das hat doch wohl jeder, oder? Scheiße. Nichts Besonderes. Ganz ehrlich, du kriegst echt einen Daumen runter, Mann. Bis und trotzdem. Dumme Strecke. Und auch noch. Guck mal hier, beste drei, Alter. Dumme Strecke und dann noch so kurz. Ne. Dafür gibt es keine Points, Mann. Äh, keinen Daumen hoch. Irgendwas hier, was schön aussieht. Temple High. Historical. Click Rack. Click Rack. Irgendwas war schöner aussieht. Komm mal. Oh, Alter. Oh Mann. Bis ich dir einen anguckt. Sei doch nicht so gruselig. Samurai Snowdown. Snowdown. Verstehst du? Gute Speed. Wieso sind hier keine Thumbnails, bitte? Oilfield. Wieso sind da ständig die Dinge eingezeichnet? Der Weg. Oleg, was ist das für ein Ding? Hmm. Das war's. Was war jetzt so interessant? Ja, komm, machen wir das Samurai Snowdown, Alter. 1,41, 6 für Platin. Okay. Okay, Konzentration. Mittelstrecke, los geht's. Oh mein Gott, da ist ein richtig krasser Dude. Bop, bop, bop. Das ist cold. Oh, nochmal, warte. Nee. Oh, komm. Ja, Alter, dass ich mal drüber fliege. Nochmal. Boah, fies. Boah, da hat sich gut gerettet. Habt ihr's gesehen? Shit, Mama. Boah, zu hoch. Mir macht das Angst, dass die Kerle keine richtigen Medaillen haben. Ich glaub, der eine hat nur Silber, die anderen haben aber nichts. So dumm. Nicht dein fucking Ernst. Jawohl. Checkpoint gekriegt. Das ist ja mal Vollgas geben, ey, damit ich zu denen komme. Hol ich ja nie einen. Da ist er. Der hat hier auf jeden Fall... Ja, alles klar. Verstehe. Verstehe, verstehe. Ich schaff's nicht irgendwie gescheit. Nein! Kurz vorm Checkpoint! Oh, wie bitter. Das war schön. Oh, das war eine normale Kiste, oder was? Einfach drüber fliegen! Was? Oh, das können wir natürlich auch machen. Einfach drüber. Shit. Wer baut denn so einen Shit ein? Nee, drüber fliegen ist Rotze. Yes! Keinen Fehler machen. Cool bleiben. Nein, zu hoch. Nein, geht. Das war durch die Hütte, Mann. Was hat mich jetzt gerade gehauen? Ich will oben lang. Nicht durch dieses Horrorhaus, Mann. Wo ist der Checkpoint, Mann? Kein Checkpoint hier. Nein, wir machen einfach die Map fertig. Leider hat's nicht gereicht für Bronze. Puh. Was hat keiner geschafft, was hat keiner geschafft, irgendeine Medaille zu bekommen, außer der Erste. Und ich wollte trotzdem noch Dritter. Das war's mal gut. Ja, machen wir noch eine zum Abschluss. Aber welcher? Hat sich das alles gerade geändert hier? Nein, doch nicht. Komm, lade mal ein bisschen. Ja, oder? Es hat sich alles geändert gerade. Aber wegen meinen Bewertungen wahrscheinlich. Geh nochmal kurz raus. Braucht immer sehr, sehr lange hier zum Laden. Das finde ich total merkwürdig. Das ist leicht nervig. Schon so alt das Spiel und trotzdem kriegen sie es nicht gebacken, dass das Ding hier ein bisschen rund läuft. Komm schon, mach jetzt mal. Es kann doch nicht sein, dass ihr das so lange braucht, um ein kleines Bildchen zu laden. Ich mach mir mal Blizzard Ramping, Alter. Hallo? Jetzt geht's, gell? Krank. Oder Legoland? Fun Legos. Oder Space Monkeys. Hm. Oder so eine dunkle Map. Egal, come on. Wer das quit? Okay. 2,15 für für Platin. Alles klar, Mann. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Beep. 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 Komm schon. Ich bin ein Affe. Ich bin ein fucking Affe, Alter. Der Affe, Alter. Und der kleine Affe hinten soll man... Wie er auf dem Sitz rumrutscht. Wow, nice. Also die Map sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, Mann. I like. Oh, shit. Oh, shit. Die erste krieg ich nicht. Ich muss die hintere nehmen. Vor allem den kleinen Affen gesetzt gerade. Yes! Was tut du denn für einer? Alter, ein Affe mit einem Jetpack. Yes! Hier lieber unten lang. Ist safe. Vielleicht nicht so schnell, aber... Ich glaube, ich wäre hingeflogen, wenn ich oben lang gefahren wäre. Oh, yeah! Komm schon! Fahr ganz schnell! Und geschwind! Oh, mein Gott. Oh. Noch geschafft. Oh. Oh, es ruckelt. Aber es sieht geil aus. Hoa! Thank you. Woo! Wieso ist der Goldman eigentlich so weit vorne, Mann? Also, vor mir. Ich war doch so schnell. Oh. Oh. Er ist wahrscheinlich immer oben lang gefahren oder so. Yes! Zweiter Platz. Ah! Für Platin hat es nicht gereicht. 2,15. Dafür müsste man oben langfahren immer. Ha-ha! Da sind wir! Tschüss! Aber Gold! Zum Abschluss. Danke. War echt cool, Mann. 5 Sekunden schneller war er. Er hat aber auch nicht Platin bekommen. Verdammt. War echt geil. Sehr, sehr coole Strecke, Mann. Richtig geil. Sehr, sehr geil. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir hier an dieser Stelle diese Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und einen netten Kommentar vielleicht. Und schreibt einfach rein, wie geil ich einfach bin. Nein, du das nicht. War ein Scherz. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.